Am 5. Juli 2021 um 19 Uhr posten unsere Partnerunternehmen verschiedene Hinweise für ein Passwort auf ihren Social Media Kanälen. Auf welchen Social Media Kanälen genau die Hinweise gepostet werden, könnt ihr auf unserer Homepage auf der Seite des neuen Themenbereichs nachsehen. Durch intelligentes kombinierende Hinweise kommt ihr auf ein Passwort, das in unserem Beispiel Fridolin ist. Um den Gewinn einzulösen, müsst ihr das Passwort auf der Gewinnspielseite eingeben, danach noch die Kontaktdaten bekannt geben und auf senden klicken. Die schnellste Person gewinnt den Preis. Das Fantasiana wünscht viel Glück!